Was ein Schaden der vorbeigerand ist. Oh, reden wir wieder weiter. Nein! Sag einfach nichts. Okay. Okay, so ein Let's Play werdet ihr wahrscheinlich nie wieder sehen. Okay, ähm. Ja, wenn ihr so ein Let's Play sehen wollt, dann... Nein, 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 das bringt's nicht, nein, ich mach's wirklich nicht mehr. Auch wenn sie schreiben, nein. Ach komm, lauf geradeaus, wenn ein Monster kommt, dann sind wir tot und dann machen wir einen anderen Fritz, ey. Der Tod ist nicht das, wovor ich Angst habe. Ich habe Angst wegen dem Monster, die erschrecken einen wirklich. Ja, dann erschrecken. Hallo, wir haben uns nur erschreckt, wo dieser Funk kam, haben wir uns schon halb tot erschreckt. Ja, weil diese scheiß Melodie... Eben, und dann, wo der Bildschirm ein bisschen verschwemmt ist, haben wir uns schon erschreckt. Ja, weil du mit deiner doch... Verschwemm-Theorie uns eckernst. Ja. Ich will doch nicht, wie so... Wie soll... Hä? Was war das für einen Fan, so ich sehe es nicht mehr an. Schau durchs Fenster, dann siehst du alle Monster bei einem Kaffee, klar. Ja, Kaffee grenzieren. Ja, dann kann ich so anzustreiten, weil der eine keine Milch. Welche Stock haben wir? Hä? Ah, ich sorgte, ich sorgte. Oh nein, diese Treppen hasse ich so, wenn es hier dann noch mit Zaun ist, nein, das würde ich nicht gerne, also generell das Spiel nicht gerne, vielleicht mach, ja genau, denn der Link zum Download mache ich auch noch in der Beschreibung. Ich würde es nicht downloaden. Ja, würde ich auch nicht, aber wenn ihr mal so Lust habt, nichts besseres zu tun habt, euch so richtig zu erschrecken und hobbylos seid und einfach nur Angst haben wollt, dann kauft euch dieses Game nur für 2,995, oder? Gut, nein, es ist gratis, es ist gratis. Nimm das in Steam, nein, es ist wirklich gratis. Es gibt Leute, die sagen, ja, okay, das macht doch nichts, ich hab keine Angst, nichts, 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 nichts und dann spielen sie es und kaufen. Kauft es euch, wenn ihr keine Angst habt, kauft es euch und läuft einfach durch, wenn ihr ein Monster seht, dann seid. Nicht kaufen, runterladen, kostenlos. Nein, ey, ich kenne es halt nur von diesem einen Scheiß-Programm. Scheiß-Programm, nein. In Steam ist es wirklich... Nein. Doch, in Steam ist es kostenlos. Ja, vielleicht Steam, du kannst es einfach bei Google eingeben, SCP. Free downloaden auch dazu. Ja, wow, und dann kommt schon ein paar Link. Ein paar. Okay, jetzt wird das Fenster, soll ich, nein, schön? Ja, mach. Kuckuck. Wenn ich das hier an Monster kommt, dann. Äh, und wenn es so rauskommt, dann. Wieso? Wieso spiele ich das? Weil du ein Let's Play dazu machen wolltest. Also wenn du weitere Let's Plays wolltest, könnt ihr das vergessen. Ich mach das eigentlich nur mit, weil ich... Okay, ich sag's mal so, wenn über 100 Personen in die Kommentare geschrieben habe, mach nochmal so ein Schiss-Let's Play, dann mach ich noch eins. Aber wenn's weniger sind, sicher nicht. Aber innerhalb von drei Monaten, okay? Weil sonst doch... Nein, eine Woche... Nein. Eine Woche? Ja, nein, 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 okay. Drei Monate, weil... Drei Monate. Wenn wir weiter... Ja, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist weg. Oder? Nein. Ich hör's. Oh, scheiße! Oh, es läuft auf uns zu. Es kommt! Scheiße. Geh, geh, geh weg. Geh weg, geh weg. Ist das weg? Ist das weg? Ist das weg? Weiß ich nicht. Husch! Ja, es ist weg. Gut. Scheiße. Was war das, man? Ey. Nein. Okay. 100 Kommentare. Ja. Aber nicht von der gleichen Person. Immer einen anderen. Und wenn es einer von der gleichen Person ist, dann seid ihr echt hobbylose Leute. Oh, da hinten schaut uns die Junge zu. Oh, der will Angst haben. Der ist 5 oder 6. Der will Angst haben. Ja, die dürfen schon zusehen. Hey. Die werden einfach Hauptträume haben. Äh, die schreien dann alles zu. Wieso? Nein, bitte spiel du mal. Nein, 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 nein. Jetzt hab ich so lange gespielt. Jetzt darfst du auch mal. Ich hab auch für 30 Sekunden gespielt. Nicht mal. 10 Sekunden oder so. Lauf einfach geradeaus. Nein. Doch. Ich will nicht sterben. Ich will wenigstens überleben. Ja, dann mach du. Ich würde geradeaus laufen. Was? Du erschreckst dich immer. Ja, lustig. Wenn die Musik im Hintergrund ist, kann ich nicht alles. So. Halt den Maul. Oh. Nein. Oh nein. Der will uns ernsthaft zuschauen. Und jetzt rennt er weg. Würde ich auch. Jetzt sieht er auf einmal den Motz so in die Augen. Oh. 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 Sorry. Hey. Minus 24. Jetzt hast du mich geschlagen. Das tut mir leid. Hm. Was ich nicht verstehe. Warum steht ja kein Minus? Haben sie die Monster aufgefressen? Keine Ahnung. Oder abgeleckt. Vielleicht ist es ja auch der 24. Stock. Aber wir laufen ja. Nach unten deswegen. Runter. Also. Keine Ahnung. Und da ist eine Katze die uns begleiten will. Oh. Eine Katze. Oh. Ich hoffe sie. Hallo Katze. Willst du mal übernehmen? Jetzt erschreckt sie als wäre es ein Auto. Oh. War da wieder was? Nein. Das ist übelsthaft. Lass den Kack. Ja ich weiß. Ich bin. Ich bin immer ein. Hä? Ich bin Winnie Pooh spielen. Ich auch. Komm wir machen ein Lesplay über Winnie Pooh. Wenn es sowas gibt. Keine Ahnung. Gibt es ein Winnie Pooh Spiel? Keine Ahnung. Nein. Schaut in Steam noch. Schaut ob wir los sind ja. Wenn ihr in Steam irgendwelche. Oh nein. Schon wieder so ein bekäftes Loch. Okay. Nicht nach hinten schauen. Nicht nach hinten schauen. Doch schau mal ganz kurz. Bist du dumm? Nein. Nein. Okay. Nein. Ich nicht. Du darfst sie übernehmen. Nein. Ja okay. Dann halt die Fresse. Nein. Bist du dumm. Hör auf. Lass den Scheiß. Bitte. Lass den Scheiß. Okay. Okay. Ich spiel du. Äh. Christoph. Ja. Ich kann nichts weiter nach. Ah hier ist ihm auch. Ich dachte da wäre ein Monster. Scheiße. Ja. Ah hier ist noch ein Weg. Ich hasse dich Claudia. Ich verfluche dich dass du mir dieses Spiel gezeigt hast. Oh yeah. Du versuchst dich glaube ich selbst schon. Ich weiß. Ich weiß. Ich glaube ich werde Abträume kriegen. Juppie. Äh ich nicht. Nein ich natürlich auch nicht. Also ich gehe auf jeden Fall einen Monat nicht mehr in den Keller. Nein. Nicht schon. Nein. Also so leichtgläubig bin ich jetzt auch nicht. Ich weiß dass das nicht da ist. Mama komm Beel zu zu bitte. Händchen halten und dann in den Keller gehen. Nein da ist ein Monster. Da ist so gar nichts. Doch da. Das ist eine Haselnuss. Ja sicher. Ja. Ja. Okay so. Wer von euch mag Erdnuss Butter. Wer von euch mag Erdnuss Butter. Bitte. Ich habe nicht gerne Erdnuss Butter. Wer von. Schreibt in die Kommentare. Wer von euch mag Erdnuss Butter. Ich. Ich mag das nicht. Das schmeckt irgendwie so komisch. Salzig. Ist komisch. Wer es von euch mag schreibt bitte in die Kommentare. Ja. Jetzt gleich. Ne. Einfach wenn ihr Lust habt. Irgendwann. Wir zwingen euch nicht. Oder doch. Ne. Nein. Winnie Pooh Winnie Pooh. Müsst es nicht machen. Weihnachtsmann. Ich habe mit einem langen Griff getrieben. Dass sich alle Kinder lieben. Und ich hoffe du liebst auf mich. Ach. Tja Gott. Jetzt kommt der Weihnachtsmann so ein bisschen. Ne. Jetzt kommt Slender. Hurra. Ja Slender gibt es ja. Echt? Ja es gibt hier Slender. Geil. Ich bin immer schon mal bege... Also ich weiß nicht ob es wirklich Slender sein sollte. Jedenfalls ist auch so ein... Einfach ein Abbild. Einfach so ein großer Mann mit langen Armen. Ohne Gesicht. Der schreckt die Arme so zu mir. Kennst du Smiley? Den Horrorfilm? Ja ja. Ich glaube. Ich glaube. Ja ja ja. Der hat so ein Mensch ähm 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 85 Masken eines äh von anderen Menschen. Also die Haut abgeschnitten und ähm das als Maske benutzt. Das ergibt dann ein Smiley. Und da... Ja genau. Ja ja das kenne ich. Ja und... Also ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe den englischen Trailer gesehen. Smiley will help me. Ne Quatsch. So ein komischer... Smiley will kill me. Ich schaue noch mal zum Fenster. Guck mal. Also Smiley würde ich... Also Smiley finde ich jetzt nicht so schlimm. Außer die eine Frau die kreischt als sie... ähm als er drüber schaut und sie dann voll mit... Ja. Okay bitte hör auf. Ich habe Angst. Entschuldigung. Ich habe schon genug Angst. Entschuldigung. Wie soll ich uns ja zuschauen? Wie ist doch scheiß egal wer der schritt? Ja. Er muss sich ja nicht in unsere Sachen machen. Okay nicht für Kinder und äh ja 8 Jahren geeignet würde ich mal sagen. 8 Jahren. Ja okay 10 Jahren 12 Jahren. Ja 12 Jahren. 12 Jahren. 12? 4 Kinder unter 12 Jahren geeignet. What the... Oh fuck. Was ich so... Ich habe nichts gesehen aber... Ich bin jetzt... Ich glaube hinter uns ist das. Das ist das für uns. Nein. Wieso nicht? Keine Ahnung. Hä? Ah hier. Äh. Oh. 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 Fuck. Was ist eins? Okay. Ein Monster war hinter uns. Okay sorry Leute dass es unterbrochen hat ähm. Ja halte Klappe. Also denkt jetzt nicht ich spiele es nochmal. Nein ich spiele es nicht mehr. Ich werde nur noch den Abschluss machen. Nämlich noch sagen Hilfe. Und ein solches Let's Play wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Also in 3 Monaten schafft es jemand 100 Kommentare zu schaffen. Also versucht. 100 andere Personen. Wenn euch dieser Kanal gefällt dann sagt ähm. Dann bitte sagt anderen ähm. Die sollen uns abonnieren. Und die können uns ja dann schreiben. Wenn ihr unbedingt wollt dass wir noch ein Let's Play macht dann lasst andere abonnieren und Kommentare schreiben. Wahrscheinlich mache ich noch Slender Let's Plays. Ja das machst du ohne. Also das geht ja noch. Aber sicher nicht mehr SCP. Also wenn ihr selber spielen wollt versucht es mal. Aber wahrscheinlich würdet ihr erst 5 Minuten spielen und dann wieder löschen. Ja. Also ich glaube ich lösche das jetzt danach. Ne ne wir können mal ähm an einen Sonntagabend. Sonntagabend. Ja ja. Mit danach natürlich. Ja das wäre geil. Nein 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 nein. Doch das wäre geil. Okay du spielst einfach. Und dann in den Keller. Ja. Dann würde ich mal sagen. Das war's mit diesem Let's Play. Und bis zum nächsten Mal. Also Servus Leute. Tschüss. Literally auf geht's. Ja.